Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute bin ich für euch in City Car Driving und teste den Hyundai Accent. So, mal das Licht anmachen, dann den Sound anhören. Blinker funktionieren. Unternehmens halt schnell man es mal an und gehen in das Fachzeug hinein. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mir das noch richten, irgendwie so. So, es sieht schon mal ziemlich besser aus. Rückwärtsgang einlegen und dann geht es auch schon los. Wir haben hier irgendwie Schneekonditionen, ich weiß nicht. Das war irgendwie so langweilig und ich dachte, okay, draußen haben wir leider noch kein Schnee. Wäre auch mal schön, im Spieltonen Schnee einzuschalten und das habe ich dann noch gleich getan. Der Hyundai Accent wurde in real life 1900 irgendwas gebaut, also dieser hier. Ich glaube 1995, wir waren nicht ganz sicher. Und danach kam da noch ein Nachfolgermodell, das von Hyundai ebenfalls als besser bezeichnet war. Ich meine, so ein Accent ist jetzt nicht schlecht. Aber es ist einfach, man kann sich das, uiuiui, ich habe auch eine, naja, kaputte Ziel, deshalb ist die Kupplung heute ein bisschen schwer, aber naja. So, man kann auf jeden Fall mal Burnouts machen. Und wir fahren auch schon auf die Autobahn. Zwei Sprüngen gleich geschnitten, naja, sorry. Da musste er heute jüngstig sein. Ach, wir brauchen da Power. Ja, fünf Gänge. Die bin leider noch immer verkühlt. Oder zum Tisch, 40 FPS, naja, geht, oder? Ja. So, jetzt sind wir gerade bei 190, das macht mir jetzt schon langsam Angst, weil 200 im Schnee zu raken mit einem so alten Auto ist nicht mehr schön, ne? Ich bremse mal dann, sonst macht mir tatsächlich Angst. Ah, ich muss mich da jetzt auch richtig konzentrieren. Ich lasse jetzt auch mal den Blinker weg, scheiße, ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Ah, Blinker weglassen, haben wir gesagt. So, wir haben jetzt auch hier nur noch 30 FPS auf der Blitz, bremse ich mal. Ah, FPS sind wir immer nur auf 30. Das weiß aber nicht warum. Ich wünschte es aber gerne. So, draußen haben wir sofort wieder 50. So richtig morisch. Das ist das Spiel. So richtig morisch. Das Spiel hast nicht einfach. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. So. 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 Und da. Ich fahre noch rü. So. Aber. So. 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 So ist das Spiel. Ich bin mir nicht schon fast, aber zu mir schreit auf meine Spur. Man hört auch beim Doobie-Digital-Sound den Schnee knistern, das ist schon richtig gut, aber naja. Auf die vierte, das war so dumm. Ey, geht's noch ein bisschen dümmer? Dümmer geht's immer. Meine Güte, wenn ich rechts versuche, soll ich auch auf die Spur fahren. Gibt's denn tatsächlich? Verpfosten, du Blöder. So, ich weiß nicht, aber die FPS sind eben runtergegangen. Ich hoffe, das sieht dann nach dem Rendern alles schöner aus, weil jetzt haben wir nur noch 20 FPS jetzt. Vergeht mir die Laune bald, jetzt haben wir wieder 30, aber das ist einfach jetzt schon richtig blöd. Weil ich hätte eigentlich da jetzt nicht ein Leck-Driving gehabt, sondern ein Flüssig-Driving, aber naja. Mensch, so ein schönes Auto. So ein schönes Auto. Sogar die Scheiben mir schon funktionieren, das muss ich jetzt mal. Meine Güte, du müsstest mich ja wohl ein bisschen verarschen. Und ich warte, und ich warte, und ich warte. Und, äh, und Fahrer. Was ich gleich mitgezuckt habe. Lollik, 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 lollik. Okay, so. Ach, so, das ist ja ein 70er-Geschränk. Das ist ja ein 70er-Geschränk. Und jetzt sind die Lichter ziemlich blau. Lollik, weil. Lollik, weil. Mein Herz auch richtig halb. Und grüppig digital. Mensch, jetzt läuft die da noch über, ein bisschen mit Schlaaschen oder so Probieren wir es mit Handbremse Oh Mensch, das war cool Und breit rein, Jadai Niklas, von GamesKy GamesKy, Gaming is your partner So, ja, jetzt ist mir gerade mein Motto eingefallen Gaming is your partner, oder Gaming is your life Ach, wozu mich diese Videos nicht bringen Das muss ich mir glatt zu merken Das ist schon voller Gedanken Ja, mein Ohr juckt mich gerade, deshalb fahre ich hier zu zickzack Weil ich mein Headset runternehmen muss So, geht denn da Wir haben noch immer 30 FPS, was ist denn hier los? Ich mein, ich kann damit It was at this moment that he knew, he fucked up Äh, du weißt mich ja wohl mal verarschen, oder? Äh, ich habe jetzt tatsächlich nicht geglaubt, das wird jetzt heute noch passieren Ich bin jetzt extra schön gefahren, hat mir gedacht, wenn ich jetzt gar nicht gedacht, dann gleich sagen, ich habe die Kenntung... Ich wollte noch sagen, am Ende, ich habe dir heute kein Unfall, aber nö, geht ja nicht Meine Fresse, naja, ach, scheiß drauf, nein, Unfall ist nicht die Welt Ich weiß, die fahren da rüber, es hat mal kein TSC oder ASR oder ESP oder ABS, ich weiß noch nicht Ich meine, welches Auto hat denn kein ASR? Dieses hier Naja Ich meine, ich habe vollbranchen gemacht, ne Ich habe den dann voll gerammt Da kann ich ja nichts dafür Der mich da gecut-offt hat, also bitte Ach, jetzt habe ich den Bordstein geschnitten, das ist nicht gut und Rutschlein Kante Präsentiert Wir schleifen dir alles rund Wir schleifen dir alles glatt Ja, ich bin ja eh schon abgestimmt So, wir packen dann dann auch wieder da ein, wo wir weggefahren sind, äh, so oder sonst, dann ja das ist keinen Sinn dann fährt er auch nicht zum McDonalds und schläft er dann sondern fährt dann wieder nach Hause auch vollbrannt und auch noch ja gute Vollbranntung all the way bei ihrem Hammer ist trotzdem nur 30 FPS da schief gelaufen Ach, Motor Neustadt hat die FPS-Zahl leider nicht gendert ok, also wir können jetzt hier packen wo wir vorhin geparkt hatten Ach, Scheiße! dachte mir, ich hab den jetzt mal nicht gerammt, aber ich hab ihn dann doch gerammt ja leider, vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, bis zum nächsten... ach ja, noch ein Abo da lassen und...